Ja hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Onkel Noob mit X3 Charon Konflikt und der Folge 25 in der letzten Folge. Folge 24 habe ich gesagt, ich brauche Bergungsversicherung. Guckt mal, was ich gemacht habe. Aus Versehen allerdings 630, was ich hatte. Ich bin hin, ich habe nach rechts gedrückt, da waren 10 Bergungsversicherungen dringend. Auf OK, dann habe ich gar nicht mehr hingeguckt, nochmal, ich wollte 30 Stück haben. Nochmal, wieder auf OK, nochmal. Der hat beim ersten Mal 10 genommen, beim zweiten Mal 100 und beim dritten Mal 500 oder sowas. Können Sie sich das vorstellen? Da bin ich mal knapp 2 Millionen los gewesen. Gut, haben wir. Ich brauche wahrscheinlich nie wieder welche kaufen, aber ich könnte ein Geschäft aufmachen mit Bergungsversicherungen. Ich glaube, ich habe mehr als auf dem Markt momentan verfügbar sind. So, die Nova, die habe ich nicht verkauft. Ich habe ihr in langen, langen Strecken, wie ich gereist bin, Schilde besorgt, ein paar Waffen erstmal. Und habe sie bestückt. Die wird mich irgendwann begleiten. Und sie wird Nova für Nova oder Mamba und das weiß ich alles irgendwann zueinander kommen. Und dann werden wir als Horde, als Horde, wilde Horde, durchs Universum ziehen. Irgendwann vielleicht nochmal ein Kampfschiff oder sowas oder ein Träger. So, das ist der Anfang halt. Anstatt damit Geld zu machen, habe ich auch noch Geld dafür ausgegeben für die Nova. Die nehme ich jetzt nicht mit, weil die hat keine Kampfsoftware, die kann sie nicht verteidigen. Da müssen wir erstmal was finden. Wir sind in Elendars Glück. Das nächste Shuttle zur Planetenoberfläche startet in 5. Misuras von Flugsteig 2. Ein Südtor und ein Nordtor. Oh, ein Westtor. Norden sind wir gekommen. Das war vor allem die Legende der Piraten. Piraten sind da wohl schon sagen Piratensektor. Im Süden ist Splitfeuer. Keine Ahnung, was es ist, ob es Split ist. Im Westen weiß ich nicht. Da steht Trantor dran. Klang gut. Und ich würde sagen, machen wir mal, ja? Fliegen wir mal nach Trantor. Was auch immer das ist. Ein Satelliten hatte ich doch aufgestellt, ja. Ist doch schon das Tor, ne? Freie Argon Handelsstadt. Ne, scheiße. Mit der werden wir kollidieren, oder wie? Kurze Reise. Ich wollte nach... Trantor. Okay, Trantor. Das habe ich schon markiert. Weiß noch nicht, was es ist. Schreiben wir dann rein. Oder ob es da überhaupt weitergeht. Und was wir... Ein Volk und vier Stationen wir hier finden. Erreiches System. Und so viele, viele Tore. Und hier ist es irgendwie komisch von der Stimmung, oder? Die Musik. Hallo? Argon Eskorte. Autopilot deaktiviert. Schiffstrümmer. Mama. Tor. Linie der Energie. Oh, das muss ich mal einzeichnen. Kästchen nach Norden. Linie der Energie. Energie. Ja. Da ist noch ein Tor. Leute, was ist denn hier alles los? Alles kaputt? Das ist ja ein bisschen unheimlich, ne? Das klingt ja schon angenehmer. Einzeichnen. Zack. Nach Westen war das. Heimat des Lichts. Okay. Da sind wir hergekommen. Mir fehlt noch ein Südtor. Wenn es sowas gibt. Da. Tor. Wolkenbasis Südost. Boah. Eine Kreuzung. Klasse. Wolkenbasis. WB. Basis. S. O. Südost. Was heißt das? Wir sind eben nach Westen geflogen. Machen wir das jetzt auch? Ähm. Ne. Warte mal. Können wir noch mal sehen. Die Wolkenbasis. Also hier. Ja, hier gibt es nur Trümmer, ne? Ist alles kaputt. Ist doch nur noch benutzt irgendwo. Als Passage. Wasserzeit pilot. Verschlüssel jetzt die Daten für die Übertragung. Ne. Gut. Weiter. Unheimlicher Sektor. Einfach nur zum Durchfahren. Tja. Das wäre ähnlich wie Wolfsburg. Kauf ein Auto und fahr fort. Erreiche System. Wolkenbasis. Oh. Hier ist doch schon mehr Leben drin. Das sehe ich schon. Freie Argon Handelsstation. Sie sprechen mit dem Auto. Benötig. Dies benötigen wir. Raumkraut. Das ist klar. Argon Schiffswerft. Wow. Was für ein fetter Brocken. Produktionskomplex. Mittlerer Schild. Alpha. Ach. Da hätte ich die große Reise gar nicht machen brauchen für die Nova. Hier gibt es 7,25 Mj-Schild. Ich werde nicht mehr. Argon Schiffswerft. Haben die auch was? Oh ja. Oh. Wir haben ja alles an Fabriken, was es gibt. Boah. Meine Fresse. Schiffe haben sie nicht so viele. Aha. Produktionskomplex Leichte Waffen. Alpha. Ich brauche nur ein Phasen-Repetier-Geschütz. Genau. Das hole ich aber jetzt nicht. Da soll die Nova selber hier gespielen. Jesus. Ah, die haben keine. Argon Ausrüstungs-Dock. Ah, na Leute. Da ist ein Tor. Erstmal hin. Gucken, was das ist. Westen. Oh. Aufschreiben. Okay. Erzgürtel. Produktionskomplex Leichter Schild. Alpha. Photonen-Impulskanonenschmiede. Alpha. Haben die noch ein Tor? Uhu. Haben ich was in den Augen? Nee, das ist kein Tor. Phasen-Repetier-Geschütz-Schmiede. Photonen-Impulskanonenschmiede. Alpha. Produktionskomplex Leichter Schild. Alpha. Die haben nur zwei Tore, hm? Das ist ein Ecksektor. Nord. Ja, und das andere da hinten. West. Ja, wenn das heißt, Wolkenbasis Südost, dann ist das wahrscheinlich irgendwo in einem Großsektor, in einem Südosten, in der Ecke. Cool. Dann würde ich sagen, wir setzen mal eben einen Satelliten. Ja, Toronto habe ich jetzt keinen gesetzt, wie gesagt. Naja, das ist schon fast okay. Hier hin. Ein bisschen runter. So, und jetzt hier nach oben. Nicht so weit. So. Dann setzen wir da hin. Ramm nicht irgendwas. 37 Meter schafft der. Oh, der kann aber bis 87. Das ist eine Menge. Das ist doch ein Riesenschiff. Ja, ist nicht gerade wenn. Ist klar. Das ist ein Frachter, der bewaffnet ist. Nicht doll. Aber immerhin. Weil, der könnte mich schon abschießen. Ich könnte ihm gar nichts anhaben mit 1000. Also ein Gigajoule-Schild. Aber wie viel Fracht hat der denn? 60.000! Kann man sowas losschicken, irgendwie? Als Universum-Händler oder was? Ob der irgendwo andocken kann, das weiß ich nicht. So ein Riesen. Wo soll der denn andocken? Naja. Ach, der hat im Hangar fünf Schiffe. Der wird wahrscheinlich fünf Frachter im Hangar haben, ne? Achso, er hat gerade unseren Erweiter und seinen Litten angebracht. Yes. Ja, Nordwestverbindung. Ja. Okay. Dann ab in den Westen. Würde ich sagen. Schön, schön. Und das ist alles Argonen, ne? Wie ich das hier gesehen habe. Ja, Argonen. Mal reinschreiben. Der Erzgürtel ist wahrscheinlich auch. Das hört sich argonisch an. So sachlich. Erreiche System Erzgürtel. Oh ja, viele Steine. Mhm. Argonisch. Autopilot deaktiviert. Was ist das denn? Hauptquartier der Plutarch Mining Corporation. Interessant. Was haben die denn? Mineralien-Scanner, Handelscomputererwaltung, Mineralien-Collector, Versorgungsoftware. Ja, viel haben die ja nicht, ne? Eis! Aha. Wo finden wir denn hier Eis? Freie Argon-Handelsstation. Äh. Sonnenkraftwerk M. Rita. Ich fülle gerade ein bisschen die Übersicht hier. Fahrlauter. Gesteinstrümmern. Erzmine. 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 Hätte mich ja gewundert, hier keine Leere. Okay. Okay, dann... würde ich sagen, hier stellen wir auch mal... hoffentlich frage ich mir nicht irgendwo vor. Satelliten auf. Ah, mal gucken, dass wir hier hochkommen. Sonst haben wir wieder so ein Strangloff. Gucken wir, ob es noch zwei gibt. Ähm, quatsch. Hier ist so der Hauptgetümmel, ne? Hm. Machen wir mal hier hin. Autopilot aktiviert. Autopilot deaktiviert. Ach, ich blöd, Mann. Komm, den setze ich so ab hier. Noch ein Stück weiter. Einfach unser Frachtraum raus. Das geht auch. Müssen wir ein paar nachkaufen demnächst mal. Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. Jawohl, ja. Hohohohohohohohohohohohoho Das gibt einen Westen-Ost- und Nord-Thor. Aha. Da sind wir irgendwie unten an der Kante angekommen. Schau an. Ja dann, okay das war Argon, schreibe ich rein und da geht's Heimat des Lichts, habe ich schon eingezeichnet, gucken was es hier so gibt, da hinten ist es nicht untitschen, komm ich mach mal Safe, wir haben genug davon, es fehlt nämlich noch so ein Schüsselfehler, ein Schiss ist aber auch schlimm hier mit den Asteroiden, Jesus Dann schauen wir mal was das ist, ähm Heimat des Lichts, Argonen, hau mal ein A rein, super Ähm, Terracorp HQ, was ist das denn, Bergungsversicherung, oh super, Handelscomputer, ja, Polizei, Schnäppchen, Verkauf, Klasse, Transporter, Sprungantrieb, MK3, ey, das ist ja eine ganz wichtige Station Karuna, Kristoff, Marine, Ausbildungseinrichtung Okay, hier kriegt man nix Das Versaufen und Verfressen, die alles selber hier Hier werden die also ausgebildet Okay Wir haben Aus dem Süden sind wir gekommen, wir haben eine Westen, eine Ost, haben wir auch eine Nordverbindung Oh, ich sehe hier auch, Mini Ja Komm, mal hin Ja, da ist ein Tor Autopilot deaktiviert Komm, da ist ein Tor Oh, und das ist das Hauptquartier Argon, mittlere orbitale Waffenplattform Argon, mittlere orbitale Waffenplattform Marineinfanterie Freie Argon Handelsstation Wir haben ja mächtig Schiss hier, ne Kristallfabrik M, Alpha Oh, ne dicke Brummer fliegen da rum, ne Was ist das? Was ist denn das? Wird bei mir gar nicht angezeigt Hä? Was ist das? Ach, tu liebe Zeit Argon Prime Das ist doch der Hauptdecker Heimat, oder was? Oh Da will ich, da will ich aber jetzt Will ich mal sehen Argon Prime, was das ist Argon Prime Ja, da mache ich schon mal ein A rein Das würde mich wundern, wenn das Teladi sind Ja Das ist ein schöner Block hier unten Haben wir so einen 6er Block Vielleicht haben wir auch noch eine Zur Linie der Energie Da müssen wir auch noch rein Vielleicht auch noch eine Verbindung Oh, klasse Dann lasse ich demnächst Dann setze ich einen rein hier Der hier Handeln soll Wichtig Wieso Fliege ich Hallo Bin wieder ganz aufgerecht Mensch Erreiche System Argon Prime Ja Argon War klar Wir haben hier ein Tor Erstmal die Tore Erstmal Tore gucken Dann so ein Stasi-Satelliten rein Super Es gibt also eine richtig tolle Verbindung Hier Kann ich schon mal ein Zeichen Zur Linie der Energie Man scheint das wahrscheinlich auch Ein Argon-Sektor zu sein Munitionsfabrik Alpha Boah Freie Argon Handelskor Ringo Mond Jetzt expandieren wir aber Leute Ringo Mond Lassen wir das Kistchen mal offen Das sagt jetzt noch nicht so viel Haben wir auch noch ein Nochtor So haben wir Mensch Argon Prime ist also auch eine Kreuzung Geil Argon Ausrüstungs-Dock Wow Wir werden Tor Herons Nebel Das klingt neblig Herons Nebel Riesig Ich würde sagen Hier setzen wir auch noch einen schnellen Satelliten rein Dann speichern wir ab Oder dann hole ich die Nova nach Die könnte ich irgendwie schon mal ordern Moment Die braucht ja eine Zeit lang Nein Nein Nicht meine Äh Nein Mein Besitz Machen wir sie denn Kommando Kommando Navigation Docker an Äh Ja Die muss durch Trantor durch Heimat des Lichts Ist da was für sie Ja Eigentlich nicht Ne Ist mehr zum Handeln Die Sachen hier Argon Prime Und da gehst du mal aufs Ja ich würde sagen Ausrüstungs-Dock Erstmal Super Boah Mensch Sie sprechen mit dem Automobil Ich habe eine Ich werde Ihnen die Information Ach die Auf den Handelsstationen Als eine Beamte Die haben nur Raumspread im Kopf So Den Satelliten eben Ich komme hier richtig in Hektik Mensch ist richtig klasse hier Guck dir das mal an Hier gibt es auch eine Form Ne Hier gibt es nicht Hier gab es Achso Hier ist Was Argon Prime Wir sind Argon Prime Ach hier fehlt noch einer Linie des Lichts Ist dann hier Dann haben wir hier auch eine Verbindung runter Das ist ja geil Okay Also hier rein Ähm Bisschen mehr nach hier Und dann Autopilot aktiviert Dann setzt man hier einen hin Super cool Das Universum entwickelt sich langsam Autopilot deaktiviert Ja Okay Ach ja Habe ich ja schon mal nachgeprüft Was wird Typhoon Fünf erweiterte Satelliten hat er auf Lager Okay Dann docke ich mal an So ist die jetzt unterwegs Die Nova Wenn das Glück isse Oh Oh Heute In Richtung Westtor Sieht aber friedlich aus Da momentan Und dann fliegt die jetzt Von Elenas Glück Nach Trantor Diesen unheimlichen Sektor Wo alles tot ist Stark Stark Was sagt der Sprüchlein Erfolgreich Im Namen unseres Präsidenten und Senators Es ist immer schön Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt Nehmen wir uns Wir verprassten gerade Satelliten Es ist schon nicht mehr schön So Jetzt würde ich gerne von den Fetten Jungs Achtung Sicherheitsdienst Wir haben einen Eins Sechs Eins An der Verladeramte Scheiße die Verkaufen Verkaufen gerade Sektion Dann geht das nicht Weil dann mache ich den was kaputt Dann haben die Laderaum noch voll Wasser verkauft Ja wo ist der denn In der Venus In der Terraner Ich glaube ich spinne Zufluss ist bald hier reichen Den werde ich hier rüber holen Wenn der fertig ist mit Verkaufen Der soll hier Der ist mit der Lausgrenze Der müsste doch Ach Den habe ich schon gar nicht mehr überprüft Da war der auf sechs Einsprung konnte der machen So den muss ich jetzt auch sagen Du kommst hier mal Argon Prime Du kannst nämlich jetzt zehn Sprünge machen Kommando akzeptiert So dann haben wir schon mal Einen kleinen Hier Willa aus Grenze So den kann ich auch sagen Kommando 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 Handel Starte Sektor Handel Ja von mir aus hier Vier Sprünge Kannst du mittlerweile machen So der ist aus allem Kommando akzeptiert Schlimmen Sachen raus Und der hier Ist 18 mittlerweile Fernhändler Den hole ich auch hier rüber Weil wir jetzt erstmal hier expandieren werden Ja Das mache ich aber nachdem ich abgespeichert habe Weil wir haben schon wieder 27 Minuten voll Deswegen Alles ok So meine lieben Freunde Wir sehen uns wieder bei Folge 26 Und hier geht die Post ab Ich freue mich schon So long Und bye bye Euer Onkel Loop